Bitte geben Sie Ihre Koordinaten ein. 13.300 Kilometer nach Südwesten. 13.000 Jahre in die Vergangenheit. Herzlich willkommen, liebe Mitreisende. Es ist wieder soweit. Es ist Freitag. Das heißt, wir haben uns hier wieder im Cockpit unserem Raumzeitschiff eingefunden. Wir, das sind der Jan. Hallihallo. Hallo und der Chris. Und wenn ihr unser Format schon etwas länger verfolgt, dann wisst ihr sicherlich, wenn meine Stimme zuerst zu hören ist, heißt das, Jan hat eine Geschichte mitgebracht. Und so will ich auch gar nicht so viel Zeit verschwenden und sagen, fang nochmal an. Okay, das mache ich. Chris, ich bereite dich jetzt erstmal so ein bisschen darauf vor, worum es heute gehen wird. Weil unsere Zuhörer, da die den Folgentitel kennen, die wissen das alles schon. Du bist eigentlich sozusagen jetzt in diesem Moment der Einzige, der es nicht weiß. Und ich sage mal, es geht heute um etwas, was jeder kennt. Und das ist nicht nur so eine Aussage von, oh, das kennen verdammt viele, sondern ich stelle mich hier jetzt mal hin und würde sagen, jeder, der diesen Podcast hört, kennt das, worüber ich heute sprechen möchte. Den Gedankenanstoß zur heutigen Folge habe ich übrigens per Mail von einer Hörerin bekommen. Ich muss allerdings an dieser Stelle auch zu meiner Schande gestehen, dass ich die entsprechende E-Mail zum Teufel nicht finden kann. Und ich kann darum an dieser Stelle auch nur sehr unpersonifiziert Danke für den Hinweis sagen. Aber du wirst wissen, wenn du gemeint bist. Und deshalb sind wir Weltmeister in der Organisation hier unserem Raumzeitschiff. Absolut, hundertprozentig. Ich möchte aber mal eine alte Tradition wieder aufleben lassen und fange mal mit einer Frage an. Auch die Antwort auf diese Frage, die kennst übrigens nur du nicht, aber unsere Hörer kennen sie. Weißt du, worum es sich bei Solanum tuberosum handelt? Solanum tuberosum? Jawohl. Ich würde als erstes sagen, eine Pflanze. Chris, es ist genau richtig. Wie du hundertpro erkannt hast, handelt es sich um eine Pflanze. Das erkennt man ja schon an diesen lateinischen Doppelnamen recht gut. Aber nicht um irgendeine. Sondern es handelt sich um eine Pflanze, die das Potenzial in sich hatte, die Weltgeschichte zu verändern und zu beeinflussen. Wir stehen hier mit unserem Raumzeitschiff auf der Insel Chiloé, die einmal zu Chile gehören wird. Ich sage ganz bewusst gehören wird, denn es ist so quer über den Daumen 11.000 vor Christus. Und etwas, das sich mal Chile nennen wird, ist noch verdammt weit weg. Es gibt hier auch nicht wirklich viel zu sehen, aber ich habe trotzdem diesen Startpunkt gewählt. Denn diese Insel gilt neben den Andenregionen des Landes Peru als eine der möglichen Urheimaten der Pflanze, um die es heute gehen soll. Der heute im Deutschen gebräuchliche Name der Pflanze stammt vom lateinischen Terretuber, das sich später im Italienischen zum Wort Tartuffolo weiterentwickelte, was für Trüffel steht, auch heute noch. Aus diesem italienischen Wort entstand für unser Gewächs, da es sich nämlich im Gegensatz zu Trüffeln gar nicht um Pilze handelt, im Deutschen das Wort Tartuffel statt Trüffel. Und über die Zeit hinweg entwickelte es sich dann zu dem, was wir heute kennen, und das ist die ganz schnöde Kartoffel. Genau, wie angekündigt jedem Menschen bekannte Kartoffel. Aber allein schon aus dem heraus, was ich gerade erzählt habe, ergibt sich ja schon eine sehr interessante Frage. Wie schafft es eine Pflanze, die in den Anden heimisch ist, sich bis heute über fast den kompletten Globus auszubreiten und auf der Liste nach Anbaumengen von Nutzpflanzen weltweit mit über 370 Millionen Tonnen geernteter Menge auf Platz 6 der Nutzpflanzen zu schaffen. Vor der Kartoffel liegen übrigens bei den Nutzpflanzen in aufsteigender Platzierung die Ölpalmfrucht, Weizen, Reis, Mais und an erster Stelle mit einer Erntemenge von über 1,8 Milliarden Tonnen das Zuckerrohr. Die Zahlen stammen aus dem Jahr 2021. Deutschland liegt im internationalen Vergleich der Kartoffelproduzenten sowie die Kartoffel selber bei den Nutzpflanzen auf Platz 6 mit knapp 11,3 Millionen Tonnen Erntemenge. Das ist für im internationalen Vergleich gesehen so ein kleines Stück Land wie Deutschland, glaube ich, auch schon echt ordentlich. Also Deutschland ist schon ein echtes Kartoffelland. Danke, alter Fritz. Vor Deutschland liegen im Ranking, und da muss man auch an die Flächenunterschiede denken, Russland mit 18,3 Millionen Tonnen, die USA mit 18,6 Millionen, die Ukraine mit 21,3 Millionen, Indien mit 54,2 Millionen und unangefochten an der Spitze China mit 94,3 Millionen Tonnen. Das erste Land auf der Liste, das so regional im Bereich der Heimat der Kartoffel liegt, ist Peru auf Platz 14 mit 5,6 Millionen Tonnen. Aber bis dahin soll es aus der Gegend der Anden noch ein weiter Weg sein. 1492 landete Christoph Kolumbus bekanntermaßen in der Neuen Welt, aber halt an der Ostküste des aus Sicht der Europäer noch unentdeckten Kontinents, und er ist demnach noch viele, viele Kilometer von der Kartoffel entfernt. Der erste Europäer, der in dieses Gebiet vordrang, war Francisco Pizarro, dessen Interesse aber wohl eher dem Gold galt, als er das Inka-Reich unterwarf, als den Knollen, die die Einheimischen vielleicht als Nahrung verwendet haben. Auch wenn ich schon mal die Bezeichnung Ackergold für Kartoffel gelesen habe. Sehr schön, eigentlich genau Ackergold. Das erste Mal schriftlich erwähnt wurde die Kartoffel von einem Mann namens Francisco López de Gomara. Im Jahr 1552 veröffentlichte er seine Historia General de las Indias, in der er, der niemals in der Neuen Welt gewesen war, auch beschrieb, dass die Einheimischen der Colau-Hochebene sich von Mais und den sogenannten Papas ernährten. Und die Papas waren nichts anderes als Kartoffeln. Nur ein Jahr später berichtete auch Pedro de Cieza de Leon in seinem Buch »Chronik von Peru« von den Knollen aus der Erde, die die Bewohner gekocht verspeisten. Und er war auch wirklich selber vor Ort, anstatt nur Berichte von anderen aufzuschreiben. Nun ja, irgendjemand wird auf die Idee gekommen sein, mal ein Paar dieser Pflanzen und ihre interessanten Knollen mitzunehmen. Und zuallererst ging es für die Kartoffel dann wohl erstmal auf die Kanaren. Dort wurden nämlich 1567 drei Fässer, die Kartoffeln Orangen und Grüne Zitronen enthielten, von Gran Canaria nach Antwerpen verschifft und im Jahr 1574 zwei Fässer mit Kartoffeln von Teneriffa über Gran Canaria nach Ruhr. Das spanische Festland hat die Kartoffel vermutlich frühestens 1564 und spätestens 1570 erreicht. Die früheste urkundliche Erwähnung in Spanien findet sich in den Büchern des »Hospital de la Sangre« in Sevilla. Und da findet man für das Jahr 1573 den Einkauf von Kartoffeln verzeichnet. Wie genau die Kartoffel erstmals auf die britischen Inseln gelangt ist, ist nicht klar. Vermutlich oder zumindest möglicherweise auch ohne Umwege über Gran Canaria oder Spanien. In Irland ist sie vermutlich zwischen 1586 und 1588 angekommen und der Anbau ist dort schon ab 1606 belegt. Die Iren waren sehr früh dabei, das hat aber auch einen guten Grund. In England musste die Kartoffel spätestens 1596 bereits angekommen sein, denn in dem Jahr veröffentlichte der Botaniker John Gerrard einen Katalog der Pflanzen, die er in seinem Garten züchtete. Und genau in diesem Katalog war auch die Kartoffel enthalten, die er demnach zu dem Zeitpunkt gehabt haben muss. Erstmal wurde diese in Europa neue Pflanze aber gar nicht für das bekannt, für das wir sie heute kennen. Zunächst fand die Kartoffel an den europäischen Adelshöfen recht großen Anklang als Zierpflanze, weil sie schon recht schöne Blüten hat. Die Kartoffel zu essen bekam auch erstmal einen richtig schlechten Ruf. Und man muss halt dabei sagen, der Teufel steckt halt im Detail. Und bei allem, was man so sagt, muss man wirklich auf die Präzision der eigenen Worte aufpassen. Denn viele Menschen berichteten nämlich von starken Bauchschmerzen oder Vergiftungserscheinungen, nachdem sie Kartoffeln gegessen hatten. Das Problem lag aber da drin. Sie haben den Teil der über der Erde steht wahrscheinlich gegessen. Exakt, man hat das versucht zu essen, was über der Erde ist. Und um gegen natürliche Feinde sich zu wehren, ist die Kartoffelpflanze, zumindest der überirdische Teil, halt einfach giftig. Die Knollen unter der Erde sind für die Ernährung schon ein bisschen besser. Aber das lag wahrscheinlich auch wieder daran, oder mit ein Grund dafür war, dass die Knollen in Europa einfach wesentlich weniger ertragreich waren. Weil wenn du eine Pflanze nimmst und die kommt aus hochgelegenen Anbaugebieten in den Anden und die versuchst, die irgendwo anders hinzubringen, dann findet die das vielleicht da gar nicht so richtig gut. Außerdem gab es einfach einen anderen Tag-Nacht-Rhythmus. Und man hat natürlich in Europa erstmal Dinge im Sommer angepflanzt, so wie man das halt kennt, das ist ja die richtige Zeit dafür, weil da gedeihen Pflanzen und da hast du nun mal sehr lange Tage und sehr kurze Nächte. Und das ist für ein Nachtschattengewächs, das für die Knollenbildung halt nächtliche Dunkelheit braucht, eigentlich gar nicht so gut. Unter den Bedingungen des europäischen Langtagsommers brachten sie halt erstmal überhaupt nicht die Knollen der Größe hervor, die man aus dem Herkunftsgebiet nahe dem Äquator kannte. Und das Problem, das musste zuerst verstanden werden und auch durch entsprechende Pflanzenzüchtungen behoben werden. Aber es gab einen Ort in Europa, da gediehen die Kartoffeln gar hervorragend. Und das war eben Irland. Darum haben die auch schon so früh angefangen, Kartoffeln anzubauen, weil die Kartoffeln schienen das ideale Gewächs für die Kargeinsel Irland zu sein. Ausbringung und Ernte waren außerdem ohne besondere Werkzeuge möglich. Du brauchst keinen Flug. Du kannst deine Kartoffeln einsetzen und du buddelst sie dann aus. Und vor allen Dingen, um sie dann zu essen, ist die Arbeit sehr gering. Wenn du Weizen anbaust, musst du das Ganze mahlen zu Mehl, dann musst du Brot daraus backen. Vorher musst du es auch noch dreschen. Ich wollte gerade sagen, das Dreschen, das Weizenernte war eine fürchterliche Drecksarbeit. Und bei der Kartoffel, die holst du aus der Erde, die schälst du. Wenn überhaupt. Du kannst die auch als Pellkartoffel oder einfach ans Feuer legen, sieht alles. Tatsache ist, eine Kartoffel verzehrfertig zu machen, geht sehr, sehr schnell im Vergleich zu einer Weizenernte. Und dazu halt noch die Tatsache, dass man in Irland den ca. 1,5-fachen Ertrag im Vergleich zu Getreide auf gleicher Fläche erzielen konnte, war natürlich ein absoluter Bringer. Ab 1649 waren Kartoffelpflanzen, hier wieder als reine Zierpflanze, auch in Deutschland im Berliner Lustgarten zu sehen. Der Berliner Lustgarten war auf Weisung des großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg von seinem Hofgärtner Michael Hanf zusammen mit dem Hofbotanikus Johann Sigismund Elsholz 1647 anstelle eines im Dreißigjährigen Krieg verwüsteten Nutz- und Küchengartens angelegt worden. Elsholz schrieb über die Kartoffeln, Diese Wurzeln wachsen von sich selbst in Amerika und den nahe daran belegenden Inseln. Diese anmutigen Wurzeln kommen selten zu uns. Als dann aber übergehen sie die Lieblichkeit der Kastanien und der gemeinen Zuckerwurz gar weit und wären wert, dass man sie auch bei uns zu ziehen vermöchte. Also, die Botaniker, die haben das schon gecheckt. Kartoffeln, super Ding. Ab 1701 wurden Kartoffeln als Nahrungspflanze in der Valdenser-Siedlung Schönenberg durch den Pfarrer Henry Arnault angebaut. Nahe Leipzig, in Nauenhof, Brandes und Machern, wurde Pfarrer Christoph Gottfried Ungebauer als Freund und Förderer des Kartoffelanbaus bekannt und wird so auch bis heute in Erinnerung gehalten, weil er 1740 erstmals in der Gegend diese Knollen auf seinem Pfarrfeld einpflanzen ließ und damit dafür sorgte, dass die Kartoffeln dort halt an Bekanntheit und Beliebtheit zunahmen. 1747 begann Johann Georg von Langen südlich von Braunlage im Oberharz mit dem Kartoffelanbau. 1748 veröffentlichte die schwedische Wissenschaftlerin Eva Ekeblatt ihre Studie zur Herstellung von Brot, Alkohol, Stärke und Puder aus Kartoffeln. Ihre Erkenntnisse trugen maßgeblich zur Verbreitung der Kartoffel als Lebensmittel und als Rohstoff für die Kosmetikproduktion bei, was ich übrigens überhaupt nicht wusste, dass man Kartoffeln für die Kosmetikproduktion benutzt, aber wieder mal was gelernt. Im Jahr 1749 führte der Universitätsprofessor Philipp Ullrich den Kartoffelanbau in Franken ein. Und obwohl die Kartoffel jetzt doch auch langsam als Nutzpflanze ihre Bekanntheit erhöhte und man auch so langsam gecheckt hatte, hey, die Knollen kannst du essen, aber den Rest besser nicht, setzte sie sich trotzdem, zumindest mit Ausnahme von Irland, nicht als Nahrungspflanze mit dem Ernährungspotenzial durch, das sie hatte. Und selbst wenn alle Bauern der Meinung gewesen wären, dass sie selber gerne Kartoffeln angebaut hätten, wir befinden uns mitten in der Zeit der Dreifelderwirtschaft, in der effektiv die Gemeinde entscheidet, was, wann, wo angebaut wird und welche Flächen brach zu liegen haben. Für die Bauern bestand der sogenannte Flurzwang, der eben genau diese Punkte regelte. Aber es war in der Geschichte der Kartoffel jetzt auch so langsam der Moment erreicht, als die adelige Obrigkeit anfing, das Potenzial der Kartoffel zur Ernährung zu erkennen. Es gab keine extrem hohen Ansprüche an die Böden, es gab hohe Erträge im Vergleich zu Weizen auf den gleichen Böden und besonders für unsere Gefilde in so manchem Jahr sehr, sehr wichtig, Kartoffeln vertragen Nässe besser als Getreide. Natürlich auch nicht die absoluten Unmengen davon, aber schon mal deutlich besser als Getreide. Und unter den Adeligen, da gab es einen, der sich wahrscheinlich gedacht hat, naja, die Leute, die wollen ja eigentlich alle was zu essen haben und vielleicht muss man sie einfach nur zu ihrem Glück zwingen. Oder zumindest sollte man sie mal deutlichst darauf hinweisen, dass es da doch eine recht valide Option gibt. Und das war Friedrich II., König von Preußen, der auch als Friedrich der Große oder wie du es vorhin schon gesagt hast, als der alte Fritz bekannt ist, ganz, ganz genau. Im Zuge der Schlesischen Kriege 1740 bis 1745 wurden große Truppenverbände über die Landkarte bewegt. Diese Truppen mussten natürlich irgendwie versorgt werden. Und wie schon fürchterlich oft in der Geschichte, führte das zu einer Unterversorgung der Landbevölkerung. Je nachdem, wessen Truppen gerade durch wessen Territorium marschierten, waren da auch Plünderungen absolut keine Seltenheit. Und um einer Hungersnot in Pommern entgegenzuwirken, er ließ Friedrich Darum im Jahr 1746 den ersten von heute 15 sogenannten Kartoffelbefehlen. Und damit sollte der Anbau durchgesetzt werden. Er ließ die Verbreitung der Kartoffeln durch die Pastoren befördern, die dann als Knollenprediger neue Erkenntnisse weitergaben und zum Anbau animierten und zum Anbau rieten. Und der Name Pomfritz kommt übrigens nicht durch Pommernfritz. Das ist richtig. Naja gut, Pomdeterre sind ja einfach auf Französisch Kartoffeln und dementsprechend Pomfrit sind halt fritierte Kartoffeln. Also es kommt aber zumindest wirklich nicht vom alten Fritz. Und nicht aus Pommern. Stimmt, auch das ist Pommern ist ja bekanntermaßen gar nicht auch krankreich. Richtig. 1756 stand Friedrich der Große vor dem Beginn des Siebenjährigen Krieges. Von 1756 bis 1763 kämpften so ziemlich alle europäischen Großmächte jener Zeit um ein Kräftegleichgewicht und territoriale Gewinne in Europa, um Kolonien und um Einfluss in Nordamerika, Indien und Afrika. Im Wesentlichen standen Preußen und Großbritannien einer Allianz aus der Habsburger Monarchie mit dem Heiligen Römischen Reich sowie Frankreich, Russland und Spanien gegenüber. Also alle waren so ziemlich mit dabei. Am 24. März 1756 ging dann der nachfolgende Befehl von Friedrich dem Großen nach Schlesien. Und ich zitiere. Es ist von uns in höchster Person in unseren anderen Provinzen die Anpflanzung der sogenannten Tartoffeln als ein sehr nützliches und sowohl für Menschen als Vieh auf sehr vielfache Weise dienliches Erdgewächse ernstlich anbefohlen. Da wir nun bemerkt, dass man sich in Schlesien mit Anziehung dieses Gewächses nicht sonderlich abgibt, als darum habt ihr den Herrschaften und Untertanen den Nutzen von Anpflanzungen dieses Erdgewächses begreiflich zu machen und denselben anzuraten, dass sie noch dieses Frühjahr die Pflanzung der Tartoffeln als einer sehr nahrhaften Speise unternehmen müssen. Besonders dadurch, die armen Bauern und Untertanen in den Stand gesetzt werden, manchen Scheffelkorn mehr zu verkaufen, welchen sie sonst zum Brote anwenden müssen. Ich breche das an dieser Stelle ab. Ja, es ist ein sehr, sehr schöner Befehl, wo er dann auch noch sagt und in sehr, sehr vielen Worten ausdrückt, wenn eine Ortschaft keine Kartoffeln hat, dann geh zum Nachbardorf und kauf dir welche, aber mach's trotzdem. Also es ist halt schon relativ schwierig geschrieben, muss ich sagen. Und wahrscheinlich war es für den einfachen Bauern auch wichtig, dass ihm jemand diesen Befehl übersetzt hat, sonst hätte er es wahrscheinlich nicht verstanden, denke ich mal. Ich denke, für die Landbevölkerung wird es ungefähr so prosaisch gewesen sein wie Baut Kartoffeln an. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Nimm dies und baue es auf deinem Acker an. Das in Erde. Genau, so ungefähr. Aber er geht noch weiter. In einem weiteren für Schlesien bestimmten Kartoffelbefehl vom 5. April 1757 heißt es dann noch zusätzlich, wo nur ein leerer Platz zu finden ist, soll die Kartoffel angebaut werden. Da diese Frucht nicht allein sehr nützlich zu gebrauchen, sondern auch dergestalt ergiebig ist, dass die darauf verwendete Mühe sehr gut belohnt wird. Übrigens müsst ihr es beim bloßen Bekanntwerden der Instruktion nicht bewenden, sondern durch die Landdragona und andere Kreisbediente Anfang Mai revidieren lassen, ob auch Fleiß bei der Anpflanzung gebraucht worden, wie ihr denn auch selbst bei euren Bereisungen untersuchen müsstet, ob man sich deren Anpflanzung angelegen sein lasse. Also wirklich kontrollieren, machen sie es denn auch. Es gibt eine Legende, die aber wohl wahrscheinlich wirklich eine Legende ist, und die beschreibt eine kleine List, denn Friedrich hat Kartoffeln anpflanzen lassen und hat dann das Feld sehr, sehr stark bewachen lassen, hat aber keinem gesagt, was da Besonderes ist. Und die Bauern haben halt gedacht, oha, wenn der da was anpflanzen lässt und das auch noch bewachen lässt, dann ist das was Wertvolles und haben des Nachts dann versucht, diese Pflanzen zu stehlen. Und da natürlich alle Wachen genauestens instruiert waren, exakt in dem Moment in eine andere Richtung zu sehen, aber vermutlich stimmt das nicht. Und diese List hat es wahrscheinlich nicht gegeben, sondern das ist einfach eine schöne Geschichte. Aber man merkt an diesen Befehlen, Friedrich setzt richtig alles auf die Kartoffeln. Und so langsam aber sicher ging dann auch die Saat der Befehle von Friedrich auf. Die Bevölkerung in Europa hatte sich seit langer Zeit deutlich vergrößert und die Kartoffel verbesserte extrem die Ernährungsgrundlage der anwachsenden Bevölkerung beziehungsweise feuerte sie dann wiederum das Wachstum der Bevölkerung noch mal weiter an, weil halt jetzt durch die Kartoffel auch genug zu essen für die Mehrbewohner da waren. Wenn man jetzt einfach mal ein bisschen weiterdenkt und merkt, dass wir jetzt schon in der Mitte des 18. Jahrhunderts sind und in Europa eine Zeitspanne mit dem Namen Industrielle Revolution eigentlich schon so in den Startlöchern steht, dann wird auch klar, dass die Industrielle Revolution eventuell ohne die Kartoffel in der Größenordnung nicht hätte stattfinden können, weil einfach nicht genug Menschen da gewesen wären und man nicht in der Lage gewesen wäre, so viele Menschen zu ernähren. Natürlich ist Geschichte niemals monokausal und die Kartoffel nicht einfach die Ursache für die Industrielle Revolution, aber trotzdem vermutlich ein Teil des Puzzles, das nötig war, um sie zu ermöglichen. Aber zurück zur Kartoffel selber. Solche Kartoffelbefehle wie die von dem alten Fritz, die gab es nicht nur in den Gebieten, die heute zu Deutschland gehören, sondern auch in anderen Ländern Europas, was dazu führte, dass die Kartoffel sich überall auf unserem Kontinent weiter durchsetzte und zu einem absoluten Ernährungsstandard wurde. Das klingt auch jetzt erstmal alles voll super. Mensch, hey, klasse, wir können viel mehr Leute ernähren und wir haben jetzt die Industrielle Revolution. Aber diese Entwicklung, die hatte auch Schattenseiten. Und die Schattenseiten, die werden am Beispiel eines Landes mehr als deutlich. Und das war das Land, das in Europa eigentlich die Liebe zur Kartoffel und ihren Wert als erstes entdeckt hat, nämlich Irland. Bis ins 19. Jahrhundert hinein war Irland von der Kartoffel als Grundnahrungsmittel irgendwann ziemlich komplett abhängig geworden. Die Landbevölkerung hat von Kartoffeln gelebt. Punkt. Der Nachteil dieser Abhängigkeit war, dass für Irland es einfach typisch war, dass man einen durchgehenden monokulturellen Anbau hatte. Und der ist natürlich, wie man heute weiß, sehr, sehr anfällig für Krankheiten. Da sich der Boden nicht durch abwechselnden Anbau anderer Feldfrüchte erholen konnte, hatten es kartoffelspezialisierte Krankheitserreger irgendwann leicht, sich mehr und mehr im Boden zu verteilen und ihn richtig zu durchseuchen. Bereits vor 1845 hat es in Irland immer wieder häufig lokal begrenzte Ernteausfälle und Hungersnöte gegeben. Zwischen 1816 und 1842 gab es 14 Kartoffelmissernten. Der Grund für diese Serie, davon geht man heute aus, dürfte auf den Ausbruch des Vulkans Tambora zurückzuführen sein, der weltweit das Klima beeinflusst hat, sodass das Jahr 1816 in Irland sogar als das Jahr ohne Sommer in die Geschichte einging. Der Dauerregen durchnässte den sandigen, luftigen, trockenen Boden, den die Kartoffel braucht, um optimal zu gedeihen, schwemmte die Krankheitserreger überall hin und schuf damit dann den optimalen Rahmen für das, was folgen sollte. 1842 trat in Nordamerika eine bis dahin unbekannte Krankheit auf, die fast die gesamte Kartoffelernte vernichtete. Ausgelöst wurde diese Kartoffelfäule durch den Eipilz Phytophthora infestans. Der bewirkt, dass die Knollen verfaulen und im Boden effektiv zu Matsche werden. Die Sporen werden vom Wind verbreitet und gedeihen in kaltem, feuchten Klima besonders gut. Zwar werden nicht alle Kartoffelsorten von der Kartoffelfäule befallen, doch wurden zu jener Zeit in Irland nur zwei Sorten angebaut und die waren beide anfällig dafür. Und somit fand der Pilz in Irland praktisch für sich selber ein absolutes Paradies. Der Pilz hatte sich kommend von Nordamerika nach Europa ausgebreitet und für den Sommer 1845 wurden Ernteausfälle in den Niederlanden, Belgien und Frankreich prognostiziert. Im August desselben Jahres waren auch in England Pflanzenschäden zu erkennen. Am 13. September 1845 wurden in Irland erstmals Blattverfärbungen gemeldet, die darauf schließen ließen, dass auch die dortige Ernte befallen sein würde. Man hoffte aber noch, es würde nur einen kleinen Teil der Ernte betreffen. Zur Erntezeit im Oktober mussten sie jedoch feststellen, dass ihre Kartoffelernte beinahe vollkommen zerstört worden war. Nur ein Jahr später musste man feststellen, dass der Pilz nicht nur erneut die komplette Ernte vernichtet hatte, sondern das schlechte Wetter auch noch für noch schlechtere Erträge bei der Weizen- und Haferernte gesorgt hatte und die Situation wurde noch mal schlimmer. Durch diese Missernten konnten Zehntausende von Bauern ihre Pacht nicht aufbringen, was dann dazu führte, dass sie von Inländereien vertrieben wurden und sie damit jegliche Grundlage zum Überleben in Irland verloren. Der Staat versuchte mit Arbeitsbeschaffungsprojekten einzugreifen, aber in vielen Fällen dauerten Genehmigungsverfahren und bürokratische Prozesse für diese Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen so lange, dass einige der ausgewählten Arbeiter bei Projektbeginn bereits zu ausgezehrt waren, um überhaupt noch körperlich in der Lage zu sein, zu arbeiten. Im Februar 1847 verschlimmerte sich die Lage noch mal, als starke Schneefälle das Überleben der bereits vom Hunger geschwächten Bevölkerung noch mal erschwerten. Viele Vertriebene zogen damals heimatlos umher und fielen der Kälte zum Opfer. Auch Seuchen wie Typhus grassierten irgendwann. Und schließlich war tatsächlich ein Großteil der Bevölkerung des Landes physisch nicht mehr in der Lage, in den Arbeitsbeschaffungsprojekten zu arbeiten und sich so die staatliche Unterstützung noch zu verdienen. Im Frühjahr 1847 wurden diese Arbeitsbeschaffungsprogramme wegen der hohen Kosten und der geringen positiven Auswirkungen beendet. Ein starker Anstieg der Todesfälle zwang Premierminister Russell entgegen seinen Absichten, Suppenküchen einzurichten, die zum Teil durch Kreditvergabe der englischen Regierung und zum Teil durch Spenden aus aller Welt finanziert wurden. Allein im Jahr 1847 wurden vermutlich ca. 3 Millionen Menschen durch diese Suppenküchen in Irland ernährt und damit vor dem Hungertod gerettet. Im September 1847, da es wieder eine Ernte gab, wurde die Hungersnot für beendet erklärt und die staatliche Kreditvergabe an die Suppenküchen auch eingestellt. Aber schon 1848 und 1849 fielen die Ernten beide wieder komplett aus. Das Ende der Hungersnot wird zumeist mit dem Jahr 1849 angegeben, aber es gibt Quellen, die davon sprechen, dass noch 1851 in manchen Gegenden Leichen von Hungertoten am Straßenrand lagen. Die Auswirkung für Irland lässt sich sehr gut an der Bevölkerungszahl erkennen. 1841 lebten über 8,1 Millionen Menschen in Irland. Schätzungen zufolge hätten sich diese Zahlen bei einer normalen Entwicklung zehn Jahre später auf wahrscheinlich so um die 9 Millionen belaufen müssen. Stattdessen waren es nach der Hungersnot um 2,5 Millionen weniger, nur noch 6, ganz knapp über 6,5 Millionen. Mindestens eine Million Menschen waren am Hunger und dessen Folgen gestorben und 1,5 Millionen Menschen versuchten ihr Glück in Kanada, Australien, den USA und den Industriezentren Englands. Das ist einer der Hauptgründe für diese riesengroße Einwanderungswelle aus Irland in die USA, weil wer es sich leisten konnte, ist einfach gegangen. Und ja, nach ihrem Siegeszug in die Ernährung in Europa wurde hier in Irland deutlich, welche Abhängigkeit von der Kartoffel die damalige Zeit mit sich brachte. Wenn die Nahrungsgrundlage aus der Kartoffel komplett in einem Land wegbrechen würde, dann wären die Auswirkungen auch heute noch absolut extrem. Es sind zwar nicht alle Kartoffeln, die auf der Welt angebaut werden, für den menschlichen Verzehr gedacht, aber nehmen wir nur mal China. 2021, hatte ich ja am Anfang gesagt, wurden etwas über 94 Millionen Tonnen Kartoffeln in China produziert und von Äckern geholt. Im gleichen Jahr lag die ermittelte Exportmenge für China gerade mal bei 300.000 Tonnen. Das bedeutet, dass diese Erntemenge fast komplett im eigenen Land verbraucht worden ist. Okay, China ist auch verdammt groß und hat auch verdammt viele Einwohner, aber trotzdem wäre es, das wäre einfach ein wahnsinniger Schlag für die Ernährung dieses Milliardenvolkes, wenn mal eben schnell 100 Millionen oder fast 100 Millionen Tonnen Kartoffeln wegbrechen. Man sieht, die Kartoffel hat eine spannende Geschichte. Trotzdem wird sie ernährungstechnisch doch von einigen Leuten wirklich so ein bisschen als langweilig empfunden. Aber mir fällt eigentlich tatsächlich kaum etwas ein, das in Sachen Zubereitungsmöglichkeiten eine so große Vielfalt hat wie die Kartoffel. Es ist absolut richtig. Also ich habe das Gefühl von das eine. Das andere, was man so unglaublich überall ständig wiederfindet, ist Tomate. Tomate hat auch irgendwie in unserer Ernährung einen Mittel und Weg gefunden, überall mit reinzugehen. Aber die Tomate ist dann eher so die Beilage oder eben die Soße oder das, was drumherum ist. Aber Kartoffel ist einfach unfassbar vielseitig. Genau, weil wenn du dir überlegst, die Tomaten sind dann eben als Beilage irgendwo dabei und sind Teil davon. Ja, Tomate ist wahnsinnig präsent. Aber was total spannend ist, ist, wenn du dir nur die Kartoffel anguckst und dir einfach nur mal anschaust, wie man eine Kartoffel ohne großartig was dabei zubereiten kann, was einem dazu alles einfällt. Also das, was ich einfach so runterschreiben konnte in der Vorbereitung waren Salzkartoffeln, Bratkartoffeln, Kartoffelpüree, Kartoffelpuffer, die kennt man ja auch als Reibekuchen, Pommes, Schlosskartoffeln, Kroketten, Rösti, Kartoffelgratin, Chips, Schwedenkartoffeln, Herzoginkartoffeln und, und, und. Und das ist ja bei weitem keine vollständige Liste. Ja, ich hole jetzt nochmal eben schnell Tiefluft. Annakartoffeln, Bäckerinkartoffeln, Kartoffelbrot, Berniekartoffeln, Bouillonkartoffeln, Dauphinkartoffeln, gratinierter Kartoffelstock, Kartoffelsoufflé, Lyonnaisekartoffeln, Luskartoffeln, Pariserkartoffeln, Rahmkartoffeln, Schmelzkartoffeln, Schaumkartoffeln, Streichholzkartoffeln. Es sind in Sachen Kartoffeln und den Arten der Zubereitung wirklich irgendwie kaum Wünsche da, die offen bleiben könnten. Kartoffel, echt spektakulär. Und dann kommen ja über die komplette Welt verteilt auch die ganzen schönen landestypischen Gerichte, die die Kartoffel als eins der zentralen Elemente beinhalten. Vom Wiener Schnitzel mit Erdapfelsalat aus Österreich zum Kumpir aus der Türkei. Also die schönen, großen, mehlig kochenden Kartoffeln, deren Inneres rausgekratzt wird und dann vermengt mit weiteren Zutaten wieder in die Kartoffel gepackt wird. Sehr, sehr lecker. Von den Lapa Chingos aus Ecuador, das sind mit Käse gefüllte Kartoffelpuffer, bis zum Massaman Curry aus Thailand, dem der thailändische König Rama II., der von 1768 bis 1824 gelebt hat, ein Gedicht widmete, das heute noch von Kindern in den Grundschulen in Thailand auswendig gelernt wird. Kartoffel, 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 Kartoffel. Aber bevor ich jetzt zum Ende meiner kleinen und ja, natürlich teilweise oberflächlichen Geschichte der Kartoffel komme, gerade wenn es auch um die Verbreitung in Europa geht, das ist wirklich ein spannendes Thema, mit dem man sehr viele Stunden füllen kann, habe ich zumindest noch ein paar kleine Fakten über die Kartoffel dabei. Mit Süßkartoffeln haben Kartoffeln bis auf die knollige Form nicht wirklich was gemeinsam, denn die Süßkartoffeln gehören zu den Windengewächsen und unsere schnöde Kartoffel zählt zu den Nachtschattengewächsen. Kartoffeln sind nicht nur Lebens- und Futtermittel. Ich habe ja eben schon die Kosmetikindustrie genannt. Aus Kartoffeln werden entweder das Produkt selber oder Rohstoffe dafür Papier, Alkohol, Kunstschnee, Pappe, Seife, Shampoo, Tesafilm, Waschpulver oder Puder gewonnen. Die Inka hatten ihre Kultur bis ins 16. Jahrhundert ein Stück weit um die Kartoffel herum aufgebaut und errichtet. Sie verehrten die Kartoffelgöttin Axum Mama und ganz, ganz viele religiöse Feierlichkeiten fanden um die Saat- und Erntezeitpunkte der Kartoffeln statt. Also die Inka wussten schon, Kartoffel, gutes Ding. Die heutigen Herbstferien wurden früher auch ganz gerne als Kartoffelferien bezeichnet. Grund dafür war, dass im September und Oktober viele Kinder ihre Freizeit auf dem Feld verbrachten, um die Knollen aus der Erde zu holen. Von daher, liebe Kids da draußen, wenn ihr das nächste Mal Herbstferien habt, ihr könnt euch bei der Kartoffel bedanken dafür, dass es die so gibt. Jetzt noch ein kleiner Tipp für die Küche. Zu viel Salz in deine Suppe getan? Ist blöd, aber gar kein Problem. Einfach ein, zwei geschälte rohe Kartoffeln in die Suppe geben und ein bisschen mitkochen lassen. Die Knollen saugen nämlich das Salz auf und die Suppe wird wieder genießbarer. Und jetzt als letztes für die Hörer unter uns, die sich für das Thema Raumfahrt interessieren. 1995 nahm das Space Shuttle Columbia erstmals die Kartoffelpflanze mit ins All. Damit wurde der Astroanbau ohne Schwerkraft getestet und die Resultate waren äußerst, äußerst vielversprechend. Und naja, was auf der Erde gut funktioniert, kann ja vielleicht auch im All funktionieren. Es wäre dementsprechend durchaus möglich, dass die Kartoffel die Pflanze wird, die wir mit zum Maß nehmen. Kann ich mir durchaus vorstellen. Mir ist gerade noch so eingefallen zu dem, was du vorhin über Irland erzählt hast, als halt generell bekannt wurde, dass du bei einer Kartoffel aufpassen musst, dass du nicht ständig dieselbe Sorte anbauen musst, dass es etwas ist, das du heute noch im Supermarkt siehst. Das haben ganz viele Leute im Video gestellst fest. Diese Kartoffelsorte ist deine Lieblingskartoffelsorte und drei Jahre später ist sie einfach weg. Ja, vielleicht erinnert sich der ein oder andere von euch auch noch an den, ich nenne es mal, kleinen Skandal um die Kartoffelsorte Linda. Genau, als derjenige, der das Markenrecht, das Patentrecht für diese Kartoffelsorte hatte, sie bei sich aus dem Programm genommen hat, ein Saathersteller, weil auch die Rechte, die er hatte, ausgelaufen waren und dementsprechend hat er gesagt, die Saat könnte jetzt bei mir halt nicht mehr kaufen. Also ja, es gibt da immer wieder Veränderungen und es gibt auch aktuell unheimlich viel Forschung um die Kartoffel, weil natürlich werden unheimlich viel Kartoffeln miteinander gekreuzt. Also wir reden da nicht von Gentechnik, sondern wir reden von Gentechnik, wirklich nach der alten Tradition von Gregor Mendel. Ich nehme zwei Pflanzen, bringe die zusammen und gucke, was der Nachwuchs der Pflanze dann macht. Kartoffeln sind relativ spannend, muss ich sagen und noch viel, viel, vielseitiger, als ich das immer gedacht habe. Darum nochmal, ich kann mich nicht an deinen Namen erinnern aus der E-Mail, aber danke für das Thema. Ich bedanke mich einfach gleich mit, sowohl bei dir, lieber Tippgeber oder Tippgeberin, als auch Jan fürs Schreiben der Geschichte. Ja, auf jeden Fall ein tolles Gewächs und auch ein schönes Thema und ich hoffe, dass es euch genauso gut gefallen hat wie mir, wenn das der Fall ist und ihr vielleicht noch mehr Möglichkeiten kennt, was man so alles aus Kartoffeln machen kann, hinterlasst uns doch einfach mal einen Kommentar, die lesen wir immer gerne. Ihr könnt uns auch gerne Sterne hinterlassen oder uns weiterempfehlen, selbstverständlich. Alles, was uns mehr Hörer bringt, ist immer wunderschön, denn letztendlich machen wir es für euch. Dementsprechend, je mehr ihr seid, desto schöner wirst. Und schon am nächsten Freitag gibt es wieder eine gänzlich kartoffelfreie Folge und bis dahin verbleiben wir mit dem einen Wort, das immer das letzte ist. Tschüss! Wissensreisende Jake screams Talking Tooth 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 Vielen Dank.